Tja, der Ventar ist leider voll. Irgendeiner quatscht hier. Ich höre nur nicht. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir! Na, warum komm ich nicht so rein? Ach, jetzt halt. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Wo dran das wohl liegt? Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Hm. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Ihr langt. So, wie aktiviere ich jetzt die Taschenlampe? Hm, okay. 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 Sonst noch was, was wir mitnehmen können. Den Schrott können wir nicht mitnehmen. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschaden. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wäre es, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Das war ja auch wieder klar. Haben Sie etwas gehört? Machen Sie das? Nee, das war der heilige Bim Bam. Das ist aber finster. Ja. Axel, ist es der hier? Warten Sie. Ich komme ja schon. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe. Ich habe was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der Sau auf. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Glück. Folgen Sie mir. Ich bin ja leise. Schreibe mich nicht an. Ich bin sensibel. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. So ein Scheiß. Wir sind verwaffnet. Hier können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ableckungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Die sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast du dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, der war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt. Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf. Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe. Und hilf, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, fünf Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Hm. Hier hören wir es mal, glaube ich, hin. Hm. Was war das denn? Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Ziel-Alarm. Wer ist da? Kommen Sie raus, dann tun wir Ihnen nichts. Da drinnen hat sich was bewegt. Wir wissen, dass Sie da drinnen sind. Scheiße. Wir werden bald starten. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Folgen Sie mir. Seid wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Puh. Puh. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Silvastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen wiegen. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Müsli-Wassar-Zahnpasta. Müsli-Wassar-Zahnpasta. Elikett-Pischpulver. Okay. Okay. Ich glaube, wir können noch was basteln. Die Parallelman. 2000 Wurfzellen. Danke für dein Follow. So. Die Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Wenn das nicht mal in die Hose geht. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Axel, hinterher. Das, da. Arschloch! Komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lasst mich los, verdammt! Dir ist klar, dass du tot bist, oder? Ja, schon gut. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind die Toilbeks. Wir müssen los! Jetzt! Hey, ihr Sackgesichter! Schnell! Erschießt sie! Scheiße! Ich hab' ich's tun! Ich hab' ich's tun! Sie haben ihn getötet! Weil er mich töten wollte! Er oder ich! Hier, geht es ums Überleben! Ich bin dann erstmal nochmal wieder AFK. Alles klar! Alles klar! Boah! Oha! Ja, äh... Was, was sagen wir mal das? Au! Wir müssen weiter! Ja, äh... Da, Fug! Da, Fug! Da, Fug! Ah! Dann! Da, Fug! Da, wir brauchen... Da, da,我 denken damit.